Die DHV-News vom 16. Februar 2024. Cannabis-Gesetz. Countdown läuft. HHC-Verbot im Anmarsch. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arwei Medical und Dirk's Girl Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Heute ist ein super Tag, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke mal zu drücken und auch dieses Video zu liken. Aber das können wir noch später machen. Warum heute ein super Tag? Ja, warum nicht? Muss auch mal gesagt werden. Zweite Vorbemerkung von einem Hinweis von Bernd Verse von der Drogenuni in Frankfurt. Oder genauer gesagt, das Center for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt. Jedenfalls die guten Wissenschaftler haben Bescheid gesagt, dass der Global Drug Survey wieder läuft. Wo jeder, der schon mal irgendwelche Drogen konsumiert hat, daran teilnehmen kann. Oder auch jetzt noch konsumiert. Ja, nicht nur Handfies. Und ja, es ist eine weltweite Umfrage zu Drogentrends und so weiter. Ganz interessante Sache, die auch nicht jetzt irgendwie so dramatisierend ist oder was. Ja, echte Wissenschaft. Also wer Lust hat, da ein bisschen was zum Wissenschaftler sein beizutragen, kann das jetzt machen. Link in der Videobeschreibung. So. Countdown läuft. Ja. Jetzt kommt die Nachricht dieser Ausgabe. Die, das Cannabis-Gesetz kann gehen, ist endlich auf der Tagesordnung diverser Ausschüsse für nächste Woche aufgetaucht. Nächste Woche ist die entscheidende Woche für das Cannabis-Gesetz kann gehen. Bis Ende nächster Woche muss das durch den Bundestag durch sein, entschieden sein, damit rechtzeitig noch der Bundesrat erreicht werden kann am 22. März. Und dann auch die Möglichkeit, zumindest theoretisch besteht, dass das Gesetz zum 1.4. in Kraft tritt. Diverse Ausschüsse heißt, der federführende Ausschuss ist der Gesundheitsausschuss. Der tagt am Mittwoch und das Cannabis-Gesetz steht da auf der Tagesordnung. Aber es gibt auch noch alle möglichen anderen beteiligten Ausschüsse, wo auch jetzt das Cannabis-Gesetz nochmal auf der Tagesordnung aufgetaucht ist. Der Finanzausschuss, insbesondere der Verkehrsausschuss und ich glaube auch noch ein paar andere, wo es jetzt noch mehr mit besprochen wird. Das ist aber eher so ein Nebenbei-Durchschleusen. Normalerweise ist das bei Gesetzen eben so, dass alle Ausschüsse, die damit irgendwie im Entferntesten was zu tun haben, das quasi auch zur Kenntnis kriegen, da auch ein bisschen drauf rumkauen, ein bisschen rumdiskutieren und so. Aber es gibt den federführenden Ausschuss, das ist Gesundheit. Da wird sich geeinigt, was man am Ende als Koalition machen will. Und die anderen folgen dem normalerweise, was eben der Gesundheitsausschuss vorgibt, beziehungsweise wenn die sich einmal geeinigt haben und sagen, hier, wir stimmen dem halt zu, dann machen sie es halt überall. Auf der Tagesordnung des Gesamtplenums, also Bundestag, an sich steht das Cannabis-Gesetz noch nicht. Aber das ist jetzt eigentlich wirklich eine bombensichere Sache. Also vorausgesetzt jedenfalls, dem wird zugestimmt in den Ausschüssen, vielleicht machen wir noch dazu gesagt. Aber davon kann man jetzt wohl wirklich ausgehen, dass das klappt. Ich bin insgesamt recht zuversichtlich, dass der Bundestag bis Ende nächster Woche, also Donnerstag oder Freitag, dem Cannabis-Gesetz zustimmt. Große Sache, obwohl man nicht so ganz genau weiß natürlich, wie sich jetzt die Abweichler verhalten werden. Ja, die sind weiter am Punken, insbesondere Feedler ist die ganze Woche wieder rauf und runter in Medien gewesen, hat Interviews gegeben, wie bescheuert dieses Gesetz ist. Und da immer noch hofft, dass das nicht so kommt und so weiter, dass man da nochmal ran kann, dass so nicht verabschiedet wird. Also erstaunlich, dass sie denen noch nicht auf den Mond geschossen haben, da bei der SPD-Fraktion, dass sie sich das bieten lassen. Ja, dass sie die ganze Zeit da weiter irgendwie denen an die Schienbeine tritt. In einer ganz merkwürdigen Art und Weise. Aber okay, ja, also steht auf der Tagesordnung, nächste Woche wird verabschiedet. Und die, denen mein ganzes Gequatsch, hier zu viel Gequatsche ist, die können jetzt aufhören. Ja, die Nachricht ist jetzt durch, diese Ausgabe. Und ab jetzt werde ich nur noch ein paar Hintergrundinfos dazu liefern und auf ein paar häufig gestellte Fragen eingehen. Ja, ansonsten Cannabis-Gesetz nächste Woche auf der Tagesordnung der Ausschüsse und sehr wahrscheinlich auch im Bundestag an sich. Sehr wahrscheinlich Verabschiedung. Zu dem, was viele da jetzt immer so sagt, was dann alles Schlimmes passiert mit diesem Cannabis-Gesetz. Da ist eine neue Sache bei, die jetzt letzte Woche so schön durch die Medien gegangen ist. Künftig wird man Graswolken riechen, ja, ist dazu der entsprechende Claim. Das fand ich ganz nett, weil da noch vielen noch gar nicht so richtig bewusst ist, dass man eben nicht nur an ganz bestimmten Stellen im Stadtgebiet, die weit weg sind von Kindertagseinrichtungen und Schulen und so weiter und so fort. Sondern auch da überall da, wo halt Tabak geraucht werden darf. Zum Beispiel auf Terrassen von Restaurants, ja, im Straßencafé. Überall draußen darf ja normalerweise geraucht werden, aber so auch in Raucherbereichen in eben Cafés und so weiter. Und auf öffentlichem Gebiet, wozu vermutlich dann auch das Straßencafé, wenn die Stühle auf der Straße stehen, ja im öffentlichen Raum, da auch diese Mindestabstände gelten, wenn sie ein bisschen zurückverlagert auf Privatgelände sind, eher nicht. Ja, da wird man trotzdem vermutlich konsumieren dürfen. Auf jeden Fall überall da, wo Tabak geraucht werden darf. Ansonsten, ja, abgesehen von diesem Mindestabstand und Sichtweite, ja auch nur noch nicht mehr 200 Meter, sondern nur Sichtweite zum Eingang der entsprechenden Einrichtungen, darf nicht konsumiert werden im öffentlichen Raum. Aber ansonsten eben schon, ja, man wird Graswolken riechen, ja, ein Albtraum des Sebastian Fiedler. Ja, für mich eigentlich nochmal eine ganz schöne Vorstellung, ja, dass das dann auch wirklich normal ist irgendwie. Zumal den meisten, ich auch, ja, den Duft von gerauchtem purem Cannabis wesentlich angenehmer ist als der von Zigaretten. Und wenn dann auch noch ein Vaporizer benutzt wird, ein Verdampfungsgerät, dann ist eigentlich okay. Ja, da gibt es wahrscheinlich viel weniger Leute, die sich dann an diesem Geruch noch stören. Außer Sebastian Fiedler. Klar, ein paar mögen das nicht, ja, aber ist jetzt auch nicht schlimmer unterm Strich vermutlich für die meisten als eben Tabakrauch. Insofern doch ein bisschen Cannabis normal ist da angesagt. Und diese Horrorvorstellung, glaube ich, verfängt auch nicht bei denen, die jetzt noch skeptisch sind, ob sie jetzt zustimmen oder nicht. Er sagt auch weiterhin, ja, es gibt eine zweistellige Zahl von Leuten in der SPD-Fraktion, die dem Gesetz weiterhin nicht zustimmen wollen und werden. Stellt sich einerseits die Frage, wie viel gekommen ist, was ist denn jetzt mit Fraktionsdisziplin? Oder auch manchmal noch gekommen, was ist denn jetzt hier mit Gewissensabstimmung? Ist das schon klar, ja, wie das jetzt genau gehandhabt wird? Weil eben die alle sagen, da, wir stimmen dagegen, obwohl sie der Ampelkoalition angehören. Geht das überhaupt und so, ja? Also es ist normal, dass immer mal Leute abweichen und anders abstimmen als ihre Fraktionen, insbesondere wenn das Abstimmungsergebnis nicht gefährdet ist. Ja, dann kann man schon mal sagen, ja, okay, an der Stelle hast du halt mal ganz andere Meinungen als wir, ja, wenn dir das irgendwie wichtig ist, stimme halt dagegen, ja, kannst du auch mal eben öffentlich sagen, ich habe übrigens dagegen gestimmt und dann ist gut, halt, ja. In dem Fall jetzt hier haben wir da so einen grenzwertigen Fall, wenn jetzt also mehrere zehn Abgeordnete tatsächlich der SPD dagegen stimmen würden, absehbar, ja, und die das im Prinzip anmelden, was normalerweise eben bei diesen Gegenstimmen auch gemacht wird, ja, um nicht dann die Fraktionsführung zu überraschen in ihrem strategischen Handeln sozusagen. Und dann ist auf einmal die Mehrheit nicht da, ja, deswegen wird sowas dann zumindest freundlicherweise vorher angekündigt, freundlich der Fraktion gegenüber. Und wenn jetzt die Fraktionsführung sieht, ja, das könnte knapp werden, dann wäre tatsächlich ein Aufruf angesagt, Leute, hier ist Fraktionsdisziplin angesagt, wir können das jetzt nicht bringen, hier haben wir das Gesetz zu Fall bringen, wir haben das verabredet mit einem Koalitionspartner, wir müssen das jetzt machen. Ja, also das ist im Prinzip die Einforderung der Fraktionsdisziplin von oben an die Abgeordneten. Ich nehme an, dass es irgendwas in der Art schon noch geben wird, ja, dass da nicht irgendwie jetzt zu viele dagegen stimmen. Fraktionszwang geht sowieso nicht, weil rein verfassungsmäßig letztendlich die Abgeordneten in ihrem Gewissen verantwortlich sind. Und eine Gewissensentscheidung an sich ist dann aber auch tatsächlich wieder was anderes, wenn wirklich über alle Fraktionen hinweg vollkommen offengelegt wird, sozusagen freigegeben wird, wie jetzt abgestimmt wird. Und dann gibt es auch meistens interfraktionelle Anträge, zum Beispiel Sterbehilfe, quer durch die Parteien und durch die Fraktionen hinweg, sozusagen kann man sich da verschiedenen Gruppen anschließen. Das ist dann eigentlich eher so eine Sache mit der Gewissensentscheidung. Und dann geht es dann auch wirklich um hochmoralische Fragen und das ist eigentlich hier bei der Cannabis-Legalisierung gar nicht der Fall. Ein Punkt in dem Zusammenhang ist auch der, werden die Linken dafür stimmen, für dieses Cannabis-Gesetz, weil die ja doch einige dieser Abweicherstimmen wieder auffangen können. Und tatsächlich werden sie, ich habe nachgefragt, jedenfalls bei den Traditionslinken oder den Linken-Linken mal so gesagt, insbesondere Artes Spirpina, den ich gefragt habe, den drogenpolitischen Sprecher, der gesagt hat, die werden zustimmen. Auch wenn sie natürlich nicht begeistert sind von dem Gesetz, sind wir auch nicht. Die haben ähnliche Kritikpunkte wie wir, geht nicht weit genug und so. Aber sie stimmen zu und tatsächlich werden dadurch natürlich dann auch schon wieder ein paar Stimmen aufgefangen. Auch wenn das eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, dass jetzt die Regierung keine eigene Mehrheit hat und dann aus der Opposition die Sache gerettet wird, ja, das wäre schon ziemlich peinlich. Aber man kann wohl auch davon ausgehen, die Ampel hat jetzt noch 47 Abgeordnete, glaube ich, Mehrheit, ungefähr in dem Dreh. Das ist jetzt einer weniger geworden durch die Berlin-Wahl, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden hat. Da hat ein FDPler irgendwie sein Mandat verloren. Aber ja, die werden das wahrscheinlich trotzdem auch alleine schaffen. Und wir haben auch noch ein paar linken Stimmen dann auch noch im Boot. Ja, selbst wenn da ein bisschen peinlich ist, egal. Ist ja jedenfalls verabschiedet. Bei der BSW habe ich versucht nachzufragen, nettes Detail. Wenn ich jetzt schon mal mit viel Glaber unterwegs bin, ja, es gibt überhaupt noch keine Homepage von denen, von der Fraktion im Bundestag des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Die haben eine Parteiseite mittlerweile, aber kein Wort über die Abgeordneten, die jetzt da im Bundestag hocken. Also die Fraktion, die kann man gar nicht anschreiben oder so. Ja, deswegen habe ich dann für BSW im BSW nachgefragt, also im Büro Sarah Wagenknecht, und noch keine Antwort bekommen zu der Frage, wie die sich verhalten. Ja, die sind grundsätzlich, glaube ich, auch einigermaßen cannabis-positiv eingestimmt und werden vielleicht auch noch dafür stimmen. Das werden wir dann sehen. Und vielleicht werden wir es wirklich auch ganz genau sehen, wer zugestimmt hat, weil die Union angekündigt hat, sie würde die namentliche Abstimmung einfordern. Das heißt also, da wird dann nicht irgendwie geheim abgestimmt, sondern jeder sieht, wer wie dafür abgestimmt hat. Die müssen dann quasi für jeden einzelnen Namen, kann man dann nachgucken, wie haben die abgestimmt. Da fragt man sich natürlich, warum wollen die das? Wofür ist das gut? Vermutlich wollen sie irgendeine Aktion gegen die Ampel fahren damit. Sie könnten hoffen, dass manche Leute in der Ampel, die noch überlegt haben, dann gegen das Gesetz stimmen. Wobei ich sagen würde, das ist eine komische Idee, weil eigentlich würde ich dann eher annehmen, dass die dann eher dafür stimmen. Wenn sie das heimlich machen könnten, vielleicht sogar sagen, eigentlich finde ich blöd, ich stimme jetzt dagegen, so heimlich. Aber wenn das jeder sieht und die Fraktionsleute das sehen und die dann dafür verantwortlich gemacht werden, möglicherweise das scheitert oder eben knapp wird, dann stimmen sie vielleicht doch mit, eben aus diesem Rudelverhalten sozusagen, was in dem Fall ja sinnvoll ist. Es könnten auch andere Dinge dahinter stecken. Vielleicht will die Union sogar verhindern, dass eigene Leute dafür stimmen, für das Cannabis-Gesetz. Ich mache mir darüber jedenfalls keine großen Sorgen, weil das schon so ausgekocht ist, diese ganze Frage, wer da in der SPD dafür und dagegen stimmt und so weiter. Da ist schon so viel geoutet. Und das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, glaube ich, dass jetzt dann plötzlich irgendwie Leute noch zusätzlich irgendwie aufspringen und sagen, jetzt stimme ich aber auch dagegen. Wenn mein Name damit verbunden wird auf einmal, ja, dann stimme ich dagegen. Sollen sie mal machen. Ja, dann hat man jedenfalls klare Kante irgendwie und weiß, wer dafür und wer dagegen gewesen ist. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Was die Union auch noch gleichzeitig angekündigt hat, dass das Cannabis-Gesetz eines der ersten Dinge sein wird, wenn sie die Wahl gewinnen, die nächste, die sie zurücknehmen wollen. Das ist auch eine Frage, die viele von euch beschäftigt, wo die sagen, ja, was soll das überhaupt jetzt? Ja, da ist sowieso die nächste Wahl gewinnt März. Die haben ja einen hausholen Vorsprung in den aktuellen Umfragen. Ja, die drehen jetzt sowieso sofort wieder zurück. Wollen wir euch gar nicht mit anfangen. So einfach ist das aber nicht. Auch wenn die den festen Willen haben, ja, das kann man denen auch glauben, weil die ja im Moment doch sehr einheitlich gegen das Gesetz sind bei der Union, CDU und CSU. Aber die werden in der nächsten Regierung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Koalitionspartner brauchen, weil sie ja nicht über 50% der Stimmen kriegen. Und die AfD wollen sie nicht mit ins Boot nehmen. Kann man nur hoffen, dass es dabei auch bleibt. Und dann müssen die mit einer der Legalizeit-Parteien koalieren. Irgendeine Ampelpartei muss dann im Prinzip mit in die Regierung kommen. Sonst hat die Union keine Mehrheit. Und dieser Koalitionspartner wird dann hoffentlich verhindern, dass das Ganze wirklich komplett zurückgedreht wird. Insofern auch da, so einfach wie die Union das jetzt hier so ankündigt, wird das nicht werden mit dem Zurückdrehen. Thema Führerschein wird noch häufig gefragt. Ja, warum macht der nichts gegen Wissing? Der braucht jetzt eine E-Mail-Aktion und so weiter. Das ist deswegen nicht der Fall, weil es gibt ja zwei Punkte, was den Führerschein angeht. Der eine ist Fahrerlaubnisverordnung. Also welche Sanktionen wird zum Beispiel bei einer Drogenfahrt, bei einer Cannabisfahrt gemacht? Wann wird eine MPU gefordert? Welche Strafhöhe gibt es da und so weiter? Und das wird über die FEV komplett an Alkohol angeglichen. War ursprünglich nicht so im Kabinettsentwurf. Das ist ein Punkt, wo wir uns durchgesetzt haben, beziehungsweise unsere Forderung erhört worden ist, sagen wir mal so. Ja, die vernünftigen Politiker haben sich durchgesetzt, meinetwegen, ja, wer auch immer. Auf jeden Fall ist das gut geregelt. Nicht so klar ist bisher die Frage des Grenzwertes. Also ab wann wird überhaupt eine Drogenfahrt bei Cannabis angenommen? Das ist ja nach wie vor ein Nanogramm pro Milliliter Blutserum. Wird also einen Haufen nüchterne Leute nach wie vor geben, denen eine Drogenfahrt unterstellt wird, weil sie über diesem Wert sind, aber eben nüchtern sind. Dafür hat Bissing eine neue Kommission eingesetzt, weil die ursprüngliche Grenzwertkommission, die Grenzwertkommission, nichts ausgespuckt hat. Die konnten sich nicht einigen und haben letztendlich gesagt, ja, können wir nicht sagen, was jetzt ein richtiger Grenzwert ist, wissenschaftlich, dann müsst ihr politisch bestimmen. Dasselbe beim Verkehrsgerichtstag. Die haben gesagt, die Politik soll den Grenzwert hochsetzen, aber wohin? Keine Ahnung, überlegt euch das halt selbst. Daraufhin hat dann Bissing, anstatt selber zu entscheiden, um politischen Grenzwert vorzuschlagen, die nächste Kommission eingesetzt, die jetzt einen Grenzwert vorschlagen soll. Und die sollen bis Ende März einen Vorschlag machen. Ja, und jetzt von außen Druck auf diese Kommission zu machen, von wegen jetzt einigt euch bis Ende März, ja, obwohl sowieso angekündigt ist, dass die sich bis Ende März einigen, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Wenn Bissingskommissionen nicht liefert, dann kann man Bissing wieder dafür verantwortlich machen und sagen, ey, was ist mit deiner komischen Kommission hier? Ja, die war sowieso unnötig. Ja, was ist denn jetzt hier? Wir wollen einen neuen Grenzwert haben. Aber bis dahin fürchte ich, müssen wir mal abwarten und schauen, was diese Kommission jetzt ausspuckt. Das würde auch keinen Sinn machen, auf die jetzt Druck auszuüben, als einen möglichst hohen Grenzwert ausspucken. Ja, das würde die nicht interessieren, ja, was jetzt der Handverband da sagt oder der Wiedmob oder sonst wer, die überlegen sich da was und versuchen Kompromiss, versuchen sich zu einigen. Und es sind auch vernünftige Leute dabei, ja, das wird jetzt kein super hardcore, extrem repressiver Grenzwert, sondern irgendein Kompromiss werden. Ja, und solange das bis Ende März kommt und nicht absehbar ist, dass das irgendwie nicht kommt, ist auch erstmal kein, nicht sinnvoll, jetzt sagen wir einen riesen Remi-Demi zu veranstalten deswegen. Und wie gesagt, Vererlaubnisverordnung ist schon voll in unserem Sinne im Cannabis-Gesetz drin. So, jetzt nochmal die Frage, die auch diese Woche nochmal neu aufgekommen ist, für mich auch nochmal neue Aspekte gebracht hat, nämlich die Justizminister und diverse Behörden, die jetzt auf einmal aufschreien und sagen, wir haben fürchterlich viel Arbeit durch dieses Cannabis-Gesetz, weil wir Altfälle durchgucken müssen. Wir müssen Strafen erlassen, bis hin zu, wir müssen Leute aus dem Gefängnis entlassen. Ja, bis hin zum Titel in der Bild-Zeitung, wo die sagen, Dealer müssen freigelassen werden wegen Cannabis-Gesetz jetzt und so. Ja, so Wahnsinns-Drama. Ja, die ganzen bösen, gefährlichen Leute werden jetzt massenhaft auf die Straße entlassen, so ungefähr, ist da das Storytelling dabei. Und die Justizbehörden ersaufen in Arbeit deswegen. Kann man natürlich jetzt, der erste Moment, den man hat, ist so wie, ja, bleibt ja alles verboten nach Cannabis-Gesetz, was jetzt normalerweise auch bisher Knast gegeben hat. Ja, also Dealerei mit großen Mengen und so weiter, das bleibt ja verboten und wird jetzt auch nicht rückwirkend dazu führen, dass das vollkommen aufgehoben wird, so eine Strafe. Und eben, was jetzt dann wirklich legal ist, der Besitz von bis zu 25 Gramm, dafür ist ja kaum jemand im Knast. Aber es gibt eben doch diverse Fälle, wo das interessant wird. Erstens bei denen, die jetzt gerade erst eine Geldstrafe eingefangen haben für Fälle bis 25 Gramm, die noch laufen. Ja, da muss man erst mal gucken, okay, also die haben die Strafe meinetwegen schon gekriegt, die haben einen Strafbefehl auf dem Tisch und der muss wieder eingefangen werden sozusagen. Ja, der muss quasi annulliert werden. Ja, die müssen dann keine Strafe mehr zahlen, weil nach neuem Recht war das gar kein illegales Verhalten. Dann hat man aber auch Leute, die tatsächlich im Gefängnis sitzen zum Teil, weil sie zum Beispiel mit einer Menge unter 25 Gramm gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Was vollkommen legal wäre, halt nach jedem neuen Gesetz. Oder weil sie ein Urteil eingefangen haben mit einer Mischkalkulation, wo es um andere Strafverfahren geht, also andere Straftaten und da nur der Besitz von meinetwegen 20 Gramm Hasch irgendwie zusätzlich eine Strafverschärfung mitgebracht hat, aber nicht das Hauptdelikt war. Auch da muss im Prinzip dann ein neues Urteil oder ein neues Strafmaß gefunden werden, gefällt werden, um das eben die neue Situation zu berücksichtigen. Und da gibt es natürlich ein Problem mit der Digitalisierung. Die könnte ich einfach auf den Knopf drücken und sagen, bei welchen Fällen hat denn jetzt irgendwie zusätzlich 20 Gramm Haschbesitz einen Beitrag geleistet zur Gesamtstrafe, wenn eigentlich das Hauptdelikt ein ganz anderes war. Das haben die überhaupt nicht so digital vorliegen. Ja, da müssen die Akten wälzen. Und darüber beschweren sich jetzt alle. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da Arbeit auf die zukommt. Und es gibt auch ein paar interessante Artikel, wo auch konkrete Zahlen schon genannt werden, wo manche Bundesländer schon Zehntausende Verfahren schon rausgesucht haben, schon am Wickel haben. Auch in Bayern zum Beispiel. Ich glaube, Bayern waren 19.000 Verfahren, die da schon irgendwie gemeldet worden sind, von wegen die müssen wir durchgucken. Das heißt, die haben die Arbeit sich auch schon gemacht. Ja, wäre natürlich jetzt bescheuert, das Ganze wieder aufzuhalten. Deswegen wird ja auch in dem Sinne diskutiert. Ja, wir müssen das Cannabis-Gesetz aufhalten, weil das uns so viel Arbeit macht und so weiter. Aber dann wird ja schade um die jetzt schon getane Arbeit. Ja, außerdem ist das ja auch eine Investition in die Zukunft dieses Cannabis-Gesetz, weil danach ja viel weniger Arbeit nachkommt für die Justizbehörden. Diese ganzen Kleinkramverfahren mit Besitz kleiner Mengen und so weiter, ja, die 108, also ich schätze mal 100.000 Strafverfahren mindestens im Jahr werden im Justizsystem gar nicht mehr aufschlagen. Und derweil haben sie also auch Zeit, irgendwie den alten Kram mal durchzufilzen und irgendwie die Leute zu rehabilitieren. Außerdem, ja, wenn das Justizsystem so massenhafte Strafverfahren in den letzten Jahrzehnten durchgezogen hat und so viele Fälle produziert hat und das war Unrecht, ja, dann ist es eben auch so, dass die Behörden dann mal die Arme hochkrempeln müssen und die Schaden wieder aufräumen müssen. Ja, das finde ich eigentlich legitim. Und im Grunde ist das eine gute Nachricht, da ein zusätzlicher guter Effekt, den das Cannabis-Gesetz mit sich bringt, den bisher eigentlich kaum jemand irgendwie großartig auf dem Schirm hatte. Auch wir nicht, was diese Dimension ein bisschen in die Details rein angeht. Ja, da würde ich deswegen tatsächlich vielleicht sogar Leute aus dem Knast entlassen werden, weil sie eben schon den Großteil ihrer Strafe abgesessen haben und jetzt im Prinzip nur noch der Rest im Prinzip auf den Cannabis-Zeit des Vergehens entfällt. Gute Sache. Aber das kommt eben auch jetzt wieder aus den Bundesländern. Ich habe letzte Woche noch gesagt, okay, das mit dem Bundesrat am Ende wird wahrscheinlich eher eine Formsache sein oder zumindest einigermaßen sicher sein, dass das da ohne Probleme durchgeht, weil alleine die Grünen schon die Sache aufhalten können. Ja, so ein Veto oder so ein Veto können sie gar nicht einlegen, aber den Vermittlungsausschuss anzurufen, Einspruch einzulegen, was die Sache monatelang verzögern könnte und einen weiteren haarigen Mehrheitsbeschluss im Bundestag mit sich bringen müsste, weil die dann den Bundesrat überstimmen müssten. Ja, dann würde die ganze Sache wieder wackelig werden, man wäre wieder so eine Zitterpartie über Monate. Deswegen muss das Ganze jetzt einfach durchflutschen im Bundesrat. Und es gibt keine grünen Innenminister. Und die Innenminister waren die, die bis jetzt das große Theater veranstaltet haben, gegen das Cannabis-Gesetz, alle. Und die sind ausschließlich SPD und CDU. Acht SPD, acht CDU-Innenminister und alle dagegen. Aber die Justizminister, da sind auch Grüne dabei. Und wenn die jetzt im Prinzip den Spielen im Kopf haben, oh, wir müssen jetzt hier zig, zehntausende Akten irgendwie durchwälzen, das schafft das System gar nicht. Und das ist dann eine Fehlkalkulation, eine miese Planung im Cannabis-Gesetz und Panik ausbricht. Dann kann es natürlich auch da zu weiteren Unsicherheiten kommen. Ob wirklich alle grünen Landesverbände, die in Regierungsbeteiligung drin sind, also die Vizeministerpräsidenten, die da in erster Linie mitreden, aber auch die Landtagsfraktionen, ob die dann wirklich alle straight dahinter stehen, irgendwie jetzt das Gesetz durchzubringen. Da werden wir noch ein bisschen Arbeit mit haben. Nach dem Beschluss im Bundestag werden wir uns damit massiv beschäftigen, bis zur Abstimmung im Bundesrat. Wir werden überall nochmal nachhaken, wie sieht das aus, wie habt ihr vor, abzustimmen. Und da, wo sich irgendwie auch noch ein bisschen abzeichnet, da könnte problematisch werden, werden wir aktiv werden und alles tun müssen, um die Bundesländer zu überzeugen, dieses Gesetz durchgehen zu lassen. Also da ist noch nicht ganz die letzte Messe gesungen, aber ich bin erstmal sehr zuversichtlich, dass der erste Riesenmeilenstein nächste Woche im Bundestag klappen wird. Dann, wenn es durch ist im Bundestag, werden wir natürlich nochmal tausend weitere Fragen beantworten. Ich habe jetzt nur die rausgepickt sozusagen, die diese Woche in Medien waren, die jetzt aktuell waren oder viel gefragt worden sind, einfach in unseren Kanälen, in unseren Kommentarspalten. Aber es sind unglaublich viele Detailfragen, die noch zu klären sind. Gar nicht erwähnt habe ich zum Beispiel in der Diskussion diese Woche über die Definition von trocken. Ja, wann ist Cannabis trocken? Weil natürlich der Trocknungsgrad und wie viel Prozent Restfeuchte da drin sind, sich auf das Gewicht auswirkt und damit auch in manchen Fällen auf die Frage, bin ich jetzt im strafbaren Bereich oder nicht? Das gilt sowohl bei Eigenanbau und wenn ich da 50 Gramm lagern darf, wie trocken dürfen die dann sein, wie trocken müssen denn die 50 Gramm sein? Oder sind die noch im Trocknungsprozess, wenn ich 60 Gramm habe? Und da kann man ja immer sagen, genau, 10 Prozent Feuchte gehen dann auch raus. Deswegen ist das ein wichtiger Aspekt und das ist auch unklar im Cannabis-Gesetz. Auch da wird es wahrscheinlich zu Gerichtsverfahren kommen, wie bei vielen anderen Stellen. Und da machen wir dann nach dem Beschluss im Bundestag mal einen fetten Livestream und werden dann auf unserer Seite nach und nach eben so ein riesen FAQ-Dings aufbauen und diese ganzen nerdigen Detailfragen mal klären irgendwie oder auch zeigen, die Fragen sind gar nicht klar im Cannabis-Gesetz. Die müssen noch geklärt werden vor Gericht. Auf diese Live-Sendung bin ich gespannt. Da werden bestimmt hier dann auch viele mitmachen und uns mit Fragen bombardieren. Und ich bin gespannt, wie viele Fragen ihr da findet, die wir noch nicht beantworten können. Das würde es sicherlich auch geben. So, zum nächsten Punkt. HHC-Verbot im Anmarsch. Das habt ihr sicher mitgekriegt, dass das natürlich an jeder Ecke verkauft wird im Moment. die ganzen Produkte mit HHC, also einem natürlich auch vorkommenden Cannabinoid, in allen möglichen Produkten, also auch auf Handflüten dann aufgetragen oder in irgendwelchen essbaren Dingen. Und da war jetzt schon die Rede vom Verbot, dass das verboten werden soll über das NPSG, das neue psychoaktive Substanzen-Gesetz. Bis jetzt gab es dazu nur eine Expertenkommissionsempfehlung, das zu tun, aber es ist noch nicht durchgezogen worden. Und um das zu tun, muss es eine Ministervorlage geben, die durch den Bundesrat geht. Also es ist also kein Beschluss, der durch den Bundestag gehen muss, sondern das ist eben dieser Erlass vom Minister und im Bundesrat wird zugestimmt, was in dem Fall ziemlich wahrscheinlich ist. Aber es ist noch nicht fertig, dieser Regierungsentwurf. Da gibt es mittlerweile einen Referentenentwurf für diese Vorlage im Bundesrat, wo dann eben HHC mit verboten werden kann. Aber das ist eben noch nicht der endgültige Entwurf dafür. Und der ist auch noch nicht an den Bundesrat verschickt worden. Das ist natürlich einerseits interessant, weil viele Leute sich dafür interessieren, für die ganzen HHC-Produkte. Irgendwer muss den ganzen Kram ja kaufen, der überall in den Läden ist und überall online und so weiter. Aber es ist auch interessant, weil möglicherweise das Einfluss auf das Cannabis-Gesetz hat. Insbesondere der Toxikologe Fabian Steinmetz, vielen auch sicherlich bekannt. Gerade übrigens eine Folge vom Taxi to Legalization, wo er mit dabei war, wo er mit dem Taxi saß. Vielleicht haben das manche schon mal gesehen mit anderen Leuten. Ich war da auch schon mal dabei. Wenn ich daran denke, packe ich das noch in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall, der sagt, dass wenn HHC verboten ist und über das NPSG auch die ganze Molekülfamilie sozusagen, könnte das Probleme geben, weil natürlich normale Hanfblüten, die die Leute in der Tasche haben und so weiter, die nach dem neuen Cannabis-Gesetz legal sind, die in den Cannabis-Clubs angebaut werden und so weiter, in Spuren auch HHC enthalten. Das ist also keins von diesen vollsynthetischen Cannabinoiden, die quasi frei erfunden sind, die es in Cannabis gar nicht gibt, sondern das ist eins, was in Spuren, in kleinen Mengen, in bestimmten Cannabis-Sorten, in den Blüten auch schon aufgetaucht ist. Und deswegen auch chemisch so nah dran ist an den anderen natürlichen Cannabinoiden, dass die vielleicht über dieses Gesetz gleich mit erfasst werden, weil da immer ganze Molekülgruppen verboten werden. Ich selber bin da einigermaßen entspannt, was das Thema angeht, weil selbst wenn das so kommen sollte, würde es niemand verstehen. Ja, das ganze Riesentheater um das Cannabis-Gesetz zwei Jahre lang diskutiert wurde und jetzt heißt es endlich, okay, ich kann legal 10 Gramm Cannabis besitzen und da kommt ein Staatsanwalt an und sagt, äh, spätsch, da ist aber irgendwie in deiner Blüte ist 0,01 Gramm HHC drin, deswegen ist das verboten, weil das nach dem NPSG verboten ist. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Das kann ja überhaupt keiner mehr nachvollziehen. Es ist ja jetzt schon so, dass viele Strafverfolgungsbehörden denken, CBD-Blüten wären legal, obwohl das relativ eindeutig nicht der Fall ist. Und manche verfolgen das, manche verfolgen das nicht und jede Woche macht irgendwo ein weiterer Shop, auf der hat das Zeug verkauft, weil kein Mensch mehr weiß, wie ist jetzt eigentlich die Rechtslage. Und das wäre in dem Fall noch viel krasser der Fall. Das würde keiner mehr raffen, wieso jetzt dann auf einmal wieder Cannabis verboten ist, wegen dem komischen NPSG und irgendwelchen Molekülabhandlungen da in dem Gesetz. Ja, das ist eigentlich ein reines Chemiebuch, dieses NPSG. Das trafst keiner mehr. Ja, deswegen bin ich da einigermaßen entspannt. Aber trotzdem ist das ein interessantes Thema. Deswegen sage ich das zumindest mal her, dass diskutiert wird. Und auch der Branchenverband hat da schon Leute darauf angesetzt, das mal zu prüfen, ob das wirklich ein Problem ist oder nicht. Zumindest theoretisch eins sein könnte. Und hiermit nochmal an alle Zuschauenden und Politiker auch nochmal gesagt, guckt euch das an, sorgt dafür, dass das kein Problem wird, falls das eins sein sollte. Und ja, wenn doch, okay, dann würde es vermutlich die ganze Szene komplett ignorieren. Ich sage aber trotzdem Bescheid, wenn es soweit ist und das Ganze im Bundesrat ist und dann eben HAC verboten wird, weil das wird man ja auch, wenn es viele, die sich für dieses Produkt interessieren, dann merken, wenn das Zeug dann aus den Läden verschwindet. Und sofort vermutlich wieder ersetzt wird durch irgendein anderes Molekül. Letzter Punkt, Russland. Da ist gerade mal wieder ein Deutscher festgenommen worden am Flughafen. Ich glaube, in St. Petersburg war in dem Fall mit Cannabis-Gummibärchen im Gepäck. Den, wo das am Zoll aufgefallen ist, da irgendwie an der Grenzkontrolle bei der Einreise. Und die haben den dann in den Knast gesteckt. Da war scheinbar THC drin in diesen Dingern. Da gibt es ein kleines Video von, wie der diskutiert bei der Einreise. Da hat scheinbar Russland das Video freigegeben von dieser Kontrolle. Und dem drohen jetzt in Russland bis zu sieben Jahre Haft. Ich habe heute schon mal so spaßhalber gepostet, da will Putin bestimmt seinen Tiergartenmörder für wiederhaben. Und also schon ein bisschen Aufregung, wie kann man bloß so einen Vergleich anstellen. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil so ein Fall gab es schon mal mit dieser US-Basketballspielerin Gwyner. Vielleicht erinnern sich einige da noch dran, die ist auch mit so Kartuschen, Vape-Kartuschen mit Cannabis irgendwie da eingereist und auch erwischt worden. Die haben sie auch ewig weggeknastet, bis sie den dann ausgetauscht haben gegen einen der weltgrößten Waffenhändler Putins. Also die Bluthunde will er alle zurückholen gegen die harmlosen Cannabis-Leutchen. Und den Tiergartenmörder will Putin die ganze Zeit schon wieder haben. Das ist scheinbar kein Einwegmörder, den will er nochmal benutzen. Dann vielleicht tauscht er ihn wirklich gegen den Gummibärchen-Mann hier. Ja, aber makabre Scherze beiseite oder ja, tatsächlich auch realitätsnahe Scherze. Passt auf, seid vorsichtig, wenn ihr in solche Länder fahrt, insbesondere welche, die jetzt nicht gerade vorbildliche Demokratien sind, sag ich mal, das kann problematisch werden. Wir haben auch mehrere Berichte, zum Beispiel diese Art von Einreisen nach Ägypten. Auch wo jemand vollkommen offiziell Cannabis als Medizin in Deutschland genutzt hat, der sich vorher erkundigt hat beim Konsulat, wie man das jetzt macht, Einreise mit medizinischem Cannabis in Ägypten, alle Papiere dafür da, alles, was die Botschaft gesagt hat. Ja, und die haben den trotzdem verhaftet bei der Einreise. Und dann landet man erstmal in dem ägyptischen Knast. Und da ist kein Spaß im ägyptischen Knast und auch im russischen Knast hat kein Spaß. Also passt auf, wo ihr da mit solchen Sachen unterwegs seid. Ja, also in manchen Ländern sollte man das einfach sein lassen, mit Cannabis da irgendwie durch die Gegend zu reisen. So, dann haben wir noch Ortsgruppenfunk. Da haben wir nur von der Ortsgruppe Bamberg, was nochmal dasselbe, wie im Prinzip beim letzten Mal, zu Gast war, Ates Gürpinar, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Da haben wir euch letztes Mal zwei Ausschnitte gezeigt. Die haben ihm Fragen gestellt und die haben uns nochmal zwei Fragen nachgeliefert. Die zeige ich euch auch gerne. Und die erste Frage, die wir heute euch zeigen und die die Ortsgruppe Bamberg, Ates, gefragt hat, ist die, wie ihr dann diese E-Mail-Aktion bewertet, die wir gemacht haben. Die letzte ging ja an alle SPD-Abgeordneten, die wir da gestartet haben und da haben wir auch ein bisschen gnatzige Antworten gekriegt und ein bisschen gehört. Die waren da schon genervt davon, von diesen ganzen E-Mails. Und manche könnten dann vielleicht auch behaupten, die machen dann eher einen Rückzieher, die fühlen sich eher bedrängt und stimmen dann vielleicht erst recht gegen das Kammer-Bissgesetz. Und das ungefähr hat die Ortsgruppe Ates gefragt und hier ist die Antwort. Ich finde, du musst nerven. Du musst nerven, weil sonst wirst du nicht beacht. Ich bin mir sicher. Und wenn die Leute, die sagen, sie jetzt eher dagegen als davor, die erzählen schlicht die Unwahrheit. Also natürlich ist es so, dass die von jeder Mail, die sie bekommen, also nicht, dass Mails das Beste aller Dinge sind, weil man kriegt tausend Mails und man sortiert die aus und wie auch immer. Aber wenn du merkst, da gibt es welche, die wirklich dagegen gehen und die das wichtig finden, dann wird es auch berücksichtigt. Deswegen habe ich es schon für sinnvoll erachtet, was der andere Verband gemacht hat. Also ich glaube, dass man damit sozusagen den Druck schon mit aufgebaut hat. So, die zweite Frage habe ich euch eigentlich auch schon beantwortet, weil ich sie selber auch gefragt habe. Ich wusste gar nicht, dass die Bamberger Ates auch gefragt haben. Aber hier, habt das nochmal schwarz auf weiß in farbig. Ja, genau. Wenn man es genau nimmt, ist es noch nicht mal eine komplette Inkriminierung. Aber es ist zumindest der erste Schritt. Und wir als Linke, kann ich es ja auch schon andeuten, werden dem Zustimmen, auch wenn er uns natürlich nicht, geht es natürlich nicht weit genug. So, Termine haben wir noch. Und zwar die Ortsgruppen, die sich treffen in Berlin am 20.02.19 Uhr, in Heidelberg, auch am 20.02.19 Uhr. Und in Halle gibt es ein GMM-Orga-Treffen. Also da werden schon Demos vorbereitet für Anfang Mai am 28.02. Und das war's. Ich wiederhole nochmal von vorne, wie man das bei den Shorts immer macht. Ja, endlose Schleife. Abonniert den Kanal, drückt die Glocken, liked dieses Video und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ich euch sage, dass das Cannabis-Gesetz im Bundestag verabschiedet wurde. Hoffentlich. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020